Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du brauchst so viel zu rupen, Papa, du bist doch nicht behindert Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber wir müssen unser Glück ja nicht mit der ganzen Mail teilen Sag doch nicht Idioten, das sind deine Wähler Eins, zwei, drei, vier Ich muss euch was sagen, etwas sehr Wichtiges Nein, ich bin nicht schwanger Ich bewerbe mich bei der Maitrice der Radio France Das ist eine Gesangsschule in Paris Monsieur Thomasin, mein Gesangslehrer, meint, ich könnte es schaffen Der Hof, der Markt, Papas Wahlkampf, wie ihr das organisieren sollt, genau das ist der Punkt Wir müssen eine andere Lösung finden Ich mach die Prüfung in Paris nicht Sie sind eine miese Stümperin Ich hör auf Wir fahren nach Paris Eine Koalition? Aus uns vier? Möchten Sie ein Stück Käsebürgermeister? Sagen Sie, denkt Ihr Vater wirklich, die Leute von Lassell würden einen Gehörlosen wählen? Warum sollten Sie keinen Gehörlosen wählen? Sie haben ja auch einen Idioten gewählt Schöner Fehler auch aus Calvin allein zu Hause Wir kennen ja die ganzen Slapstick-Einlagen Und da fällt ja einer dieser bösen Banditen hin Möchte sich mit der Brechstange wieder raufziehen Und die hängt eben nicht an der Tür, wie es aussehen soll Was, wenn alles durch einen Computerchip kontrollierbar wäre? Die Vorstellung eines solchen Missbrauchs ist furchteinflößend Unsere Existenz ist abhängig von einem Mausklick Jemand mit der Macht, unsere Systeme lahmzulegen, kann es tun oder sein lassen